hey freunde willkommen zum nächsten test und zwar sind heute die dragon thunder 19 schuss von brockhoff dran sie sind bekannt als multi salute jeder dieser salute hat 9,5 gramm neem und vier stück sind in der packung enthalten und preislich sind wir hier bei 4 euro das paket da würde ich mal sagen gehen wir gleich mal raus und zünden mal diese kleinen dinger weg und vom design her muss ich sagen ganz attraktiv würde ich behaupten 30 mm 3 schuss neuheizt ich hoffe man hat es gesehen ich kann gerade nicht auf dem bildschirm gucken ich habe nämlich hier bin behindert ich habe nämlich auch schon unser neues video wir haben ja die dragon thunder 19 schuss damals multi salute das sieht halt aus wie vom pyroland so also wir machen weiter mit unseren dragon thunder multi salute bisschen licht so haben wir alle vier weg weißt ja mensch richtige mädwurst ich trinke ein wenn wir fertig sind so wo wir stehen blieben ach ja das habe ich jetzt auf kamera ist auch schön er meint natürlich fach und minstee multi salute hey die sind besser geworden hätte ich nie wieder die multisalute damals die alten die waren schlechter schade dass ich davon nur im paket habe aber sagt mal ehrlich wem jetzt genauso man hat sachen die sind eigentlich relativ gut und man hat nur ein paket gekauft also weil man denkt okay sind so gut sind so nicht so gut richtig laut die teile also von mir auf jeden fall eine richtig geile kaufe empfehlung wenn ihr sie bekommt nimmt sie mit schade 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 schade